Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder ein neuer Sportvlog. Heute mit den Taunusfightern und Littstein. Die Tanja ist dabei und Tiziana ist dabei. Tiziana ist die Trainerin, die hat das gemacht, was man hier gerade an mir sieht. Wenn ihr sehen wollt, wie das passiert ist, dann nach dem Intro geht's los. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Morgens oder abends, je nachdem. Macht echt Spaß. Also Chirio mir Sophie bis zum nächsten Sportvlog. Ich komme wieder zu Tiziana und da bin ich mal gespannt, ob sie mir wieder in die Klöten haut. Anderer Sportvlog, anderer Sportvlog. Bis dann. Ciao, ciao!